Hallo Leute, PattegaDXGaming hier und herzlich willkommen zu meinem nächsten Tutorial. Ja, heute will ich euch zeigen, wie man den Ball nach einem Flachpass hochnehmen kann. Das Ganze sieht so aus. Ihr spielt eurem Mitspieler einen Flachpass zu und mit einer First-Touch-Bewegung, wie man heutzutage so schön sagt, nimmt euer Spiel in den Ball hoch. Jetzt habt ihr drei Möglichkeiten. Zum einen könnt ihr euch einfach umdrehen und weiterlaufen. Zum anderen könnt ihr jetzt eine Skill-Kombo machen, zum Beispiel den Ball über euch selber drüber lupfen. Und zum anderen könnt ihr jetzt den Ball einfach direkt aufs Tor schießen, was natürlich sehr schön aussieht und wenn es funktioniert, einfach ein Hammer-Tor ist. So, wichtig ist noch zu sagen, dass es am effektivsten ist, wenn euer Gegenspieler hinter euch steht. Ja, und jetzt wollen wir auch mal gucken, wie es funktioniert. Also, spielt eurem Mitspieler einen Flachpass zu und dann haltet L2 und R1. Wichtig dabei ist, dass der Spieler, mit dem ihr das machen wollt, stillsteht und dass der Pass zentral auf ihn gespielt wird. Das heißt, nicht von der Seite, denn dann klappt das nicht. Okay, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und geholfen. Und ja, zu guter Letzt würde ich euch einfach bitten, wenn ihr das Video positiv bewerten würdet und kommentieren würdet. Und ja, über jeden deutschen Abonnenten würde ich mich sehr freuen. Natürlich auch aus Österreich oder der Schweiz. Hauptsache deutschsprachig. Der Hintergrund ist ganz einfach. Und zwar möchte ich in Zukunft einfach noch mehr deutsche Videos machen. Und deshalb brauche ich einen höheren Anteil von deutschsprachigen Abonnenten bei mir. Ja, das war's auch eigentlich schon. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ja, macht's gut, Leute. Tschüss!